Yoga Vidya, Mittelstufenstunde, 20 Minuten mit Affirmationen. Setze dich gerade hin, schließe die Augen und atme ein paar Mal tief ein und aus. Atme ein, Bauch hinaus, atme aus, Bauch hinein, atme ein, beginne mit Kapalabhati. Aus, ein, aus, ein, aus, ein, aus, ein, aus, ein, aus, ein, eins, zwei, 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 eins. 1, 2, 1, atme vollständig aus, atme sehr tief und vollständig ein, atme sehr tief, vollständig aus, atme bequem ein, fülle die Lungen zu etwa 3 Viertel, Atme, konzentriere dich auf die Bauchgegend und wiederhole, ich ruhe in mir selbst, ich habe Selbstvertrauen und Kraft, ich ruhe in mir selbst, ich habe Selbstvertrauen und Kraft. Atme vollständig aus, atme sehr tief, vollständig ein, atme sehr tief, vollständig aus, atme ein, Bauch hinaus und beginn. Aus sein, Handzai, 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 Handzai. Atme vollständig aus, atme sehr tief, vollständig ein. Atme vollständig aus, dann atme bequem ein, fülle die Lungen zu etwa 3 Viertel und halte die Luft an. Konzentriere dich jetzt auf deine Wirbelsäule, unterste Wirbelsäule und von dort Energie aufsteigend. Du kannst noch wiederholen, in mir ist unendliche Kraft. Ich finde Zugang zu den Quellen meiner Kraft. Ich finde Zugang zu den Quellen meiner Kraft. Atme langsam aus, noch eine Runde. Atme tief wieder ein, Bauch hinaus, atme aus, Bauch hinein, atme ein, Bauch hinaus und beginne. Aus ein, 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 Aus ein. Atme vollständig aus. Dann atme sehr tief und vollständig wieder ein. Atme vollständig aus. Atme bequem ein, halte die Luft an und konzentriere dich jetzt auf den Punkt zwischen Augenbrauen bis Mitte der Stirn. Du kannst dir auch vorstellen, dass Licht von dort aus strahlt oder es von oben Licht in dich hineinströmt. Du kannst innerlich wiederholen, ich öffne mich für alles Gute, ich öffne mich für alles Lichtvolle, ich öffne mich für Führung und Segen. Atme langsam aus. Atme sehr tief ein. Atme sehr tief aus. Jetzt schließe das rechte Nasenloch mit dem rechten Daumen. Atme links ein. Stelle dir vor, du ziehst die Energie hinunter zur untersten Wirbelsäule. Halte die Luft an, schließe beide Nasenlöcher. Konzentriere dich auf die unterste Wirbelsäule. Du kannst sagen, ich bin gut verwurzelt. Ich habe Vertrauen. Atme rechts aus. Lass die Energie vom Muladhara Chakra untersten Wirbelsäule hochsteigen zum Kreuzbein. Rechts einatmen. Atme zum Kreuzbein hin. Halte die Luft an und wiederhole innerlich. Ich finde Zugang zu den Quellen meiner Kraft. Atme links aus und lasse die Energie von dort hochsteigen zum Kreuz, zur Lendenwirbelsäule. Atme links ein zur Lendenwirbelsäule. Manipura Chakra, Feuer Chakra. Halte die Luft an. In mir lodelt die Flamme des Enthusiasmus. Atme rechts aus. Hoch zum Anahata Chakra, Herz Chakra, Brustwirbelsäule. Atme rechts ein zum Anahata Chakra, Brustwirbelsäule, Herz. Halte die Luft an. Brustwirbelsäule, Herz. Und wiederhole. Ich finde Zugang zu Liebe und Freude. Atme links aus. Hoch zum Vishuddha Chakra, Halswirbelsäule und Kehle. Atme links ein zur Halswirbelsäule und Kehle. Halte die Luft an. Vishuddha Chakra. Ich bin verbunden mit allen Wesen. Ich spüre mich geborgen im Unendlichen. Atme rechts aus und schicke jetzt die Energie hoch zum Agnya Chakra. Atme rechts ein zum Agnya Chakra. Punkt zwischen Augenbrauen bis Mitte der Stirn. Halte die Luft an. Punkt zwischen Augenbrauen Mitte der Stirn. Ich vertraue meiner Intuition. Atme links aus. Bringe deine Bewusstheit hoch zum Sahasrara Chakra, Scheitelgegend. Atme rechts ein. Hoch zum Sahasrara Chakra, Scheitelgegend. Ich öffne mich für alles Lichtvolle. Ich bitte um geistige Führung. Atme rechts aus. Spüre weiter. Spüre weiter Sahasrara Chakra. Atme rechts ein. Scheitel Chakra, Sahasrara Chakra. Halte die Luft an. Und spüre jetzt den Raum oberhalb des Scheitels. Fühle dieses Licht. Atme links aus. Senke die Hand. Bleibe einen Moment lang ruhig sitzen. Genieße diese Kraft und diese Stille. Die innere Festigkeit. Stehe langsam auf. Vissuriya Namaskar. Zum Sonnengebet. Um deine Sonnenkraft zu stärken. Selbstvertrauen, Mut, Willenskraft. Ausatmen. Hände vom Brustkorb zusammen. Atme ein. Arme hoch und zurück. Atme aus. Beuge dich nach vorne. Atme ein. Rechtes Bein zurück. Halte die Luft an. Beide Beine. Atme aus. Senke Knie, Brust und Stirn. Atme ein. Komme zur Cobra. Atme aus. Zum Hund. Atme ein. Rechten Fuß nach vorne. Atme aus. Beide Beine. Atme ein. Arme hoch und zurück. Atme aus. Senke die Arme. Atme aus. Hände zusammen. Atme ein. Arme hoch und zurück. Atme aus. Beuge dich nach vorne. Atme ein. Linkes Bein zurück. Halte die Luft an. Beide. Atme aus. Knie, Brust, Stirn zum Boden. Einatmen zur Cobra. Ausatmen zum Hund. Einatmen. Linken Fuß nach vorne. Ausatmen. Beide. Einatmen. Arme hoch und zurück. Ausatmen. Arme senken. Jetzt verbinde das Sonnengebet mit Affirmationen. Ich finde Zugang zu meiner Freude. Ich öffne mich zur Himmelskraft. Ich bin voller Demut. Ich bin voller Zuversicht. Ich bin voller Stärke. Ich habe Vertrauen. Mein Herz öffnet sich. Ich nehme mich an, so wie ich bin. Ich freue mich auf die Zukunft. Ich akzeptiere die Vergangenheit. Ich bin bereit für Neues. Und im Gleichgewicht. In meinem Herzen ist Freude und Liebe. Über mir ist Himmelskraft und Inspiration. Unter mir bekomme ich Stärke. Ich bekomme Zuversicht und viel Kraft. Ich fühle mich getragen. Mein Herz ist offen zu meinen Mitmenschen. Ich kann mich annehmen, wie ich bin. Bin bereit zur Veränderung. Ich bin demütig, voller Offenheit, im Gleichgewicht. Vom Herzen her öffne ich mich. Ich verneige mich. Ich bin zuversichtlich. Ich bin stark. Ich fühle mich getragen. Ich bin voller Freude und Liebe. Ich kann mich selbst annehmen. Ich kann alle anderen meine Mitmenschen annehmen. Und mein Schicksal. Ich öffne mich voller Freude zur Himmelskraft. Fühle mich ruhig und gleichmütig. Sag deine eigenen Affirmationen. Om. Hände zusammen. Om. Arme hoch zurück. Om. 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 Bleib einen Moment lang ruhig stehen. fühle dich verwurzelt zur Erde fühle dich nach oben offen für Inspiration komme zur Heldenstellung gib die Beine etwa 1,20 bis 1,50 Meter weit auseinander drehe den rechten Fuß nach rechts, den linken Fuß leicht nach rechts strecke die Arme aus, beuge das rechte Knie halte den Oberschenkel parallel zum Boden, soweit es geht spüre die Kraft deines Beines und die Kraft deines Gesäßes, lächle und fühle, ich bin voller Kraft und Energie ich bin heldenhaft ich gehe alles an, was zu tun ist mit großer Kraft beim nächsten Einatmen, richte dich auf beim Ausatmen senke die Arme Einatmen, drehe den Fuß nach links Einatmen, den linken Fuß Ausatmen, gewissere dich, dass du die Stellung richtig machst Einatmen, hebe die Arme zur Seite Ausatmen, beuge das linke Knie Senke jetzt das Becken so weit, dass der Oberschenkel parallel zum Boden ist oder fast parallel zum Boden, wenn es geht lächle, auch wenn es anstrengend ist Ich sage dir innerlich Ich bin voller Kraft und Energie Ich bin bereit zu allen Heldentaten Ich bin mutig Ich habe Durchsetzungsvermögen Beim nächsten Einatmen, richte dich wieder auf Senke die Arme, drehe nochmals den rechten Fuß nach rechts Den linken Fuß auch nach rechts Falte die Hände hinter dem Gesäß Drehe dich nach rechts und wenn du das rechte Knie gestreckt hast, beuge dich nach rechts Hebe auch den Arme nach oben Und du kannst innerlich wiederholen Ich bin demütig Bereit zur Hingabe Nach Heldentum Folgt loslassen Beim nächsten Einatmen, richte dich auf Beim Ausatmen, senke die Stellung Ändere die Stellung der Füße Beim nächsten Einatmen, wölbe den Brustkorb Beim Ausatmen, beuge dich über das linke Bein Wiederhole ein paar Mal Ich bin voller Kraft und Energie Ich lasse los Ich habe Vertrauen Beim nächsten Einatmen, richte dich wieder auf Kommend zur Mitte Gib die Füße zusammen Halte noch die Hände einen Moment lang gefaltet hinter deinem Gesäß Wölbe den Brustkorb, gib die Schultern nach hinten Kopf leicht nach hinten Ich habe ein offenes Herz Alles, was ich tue Alles, was ich tue, will ich mit Liebe und Freude tun Ich lasse mich im Herzen berühren Lasse langsam los Und bleibe ein paar Atemzüge lang in der Entspannungsstellung im Stehen Beine etwa hüftbreit auseinander Die Zehen können etwas nach außen gehen, wenn du magst Hauptgewicht auf den Fersen Nacken langen Schultern entspannt Atme ein paar Mal mit dem Bauch und genieße diese Entspannung Fühle, wie die Erde dich trägt Wie du dich ganz regenerierst über den Atem, der von selbst strömt Und über die Himmelskraft, die Lichtkraft, die von oben in dich hineinströmt Wenn du magst, kannst du von hier in deinen normalen Tag gehen Wenn du magst, kannst du jetzt die auf der Matte liegenden Asanas üben Und tiefen Entspannungen und andere Übungen Ich wünsche dir gute Yoga-Praxis Einen schönen Tag Voller Kraft, voller Energie Mit wunderbaren Erfahrungen Mit nên Creding Du dünneskraft, ho Coach etwas Untertitelung des ZDF, 2020